Wir sind im Traditionsverein FAS Berlin zum 50. Geburtstag. Und herzlich willkommen in Lichtenberg. Ich kenne das Erika-Hest-Stadion in Wedding. Ich weiß, da ist die Stimmung gut. Und da haben Sie bestimmt noch etwas Wehmut im Herzen, dass Sie diesen Standort verlassen mussten. Aber ich sage Ihnen herzlich willkommen in Lichtenberg. Wir wollen mindestens ebenso begeistert an Ihrer Seite stehen. Und ich hoffe auf sportliche Erfolge und dass wir uns das eine oder andere Mal sehen. Also alles Gute FAS Berlin. FAS, FAS, FAS Berlin! Happy Birthdays to you! Happy 50th Birthdays, FAS Berlin! Alles Gute zum 50. FAS Berlin! Hey, hier ist euer Schippe. Ich gratuliere euch zu 50 Jahre FAS. Nicht ganz, die ganze Zeit mitmachen können, aber die Zeit, die ich hier war, war top. Happy Birthdays, FAS Berlin! Wir sind Lisa, Ramona und Chris. Und wir wünschen euch alles, alles Gute zum Geburtstag. Macht weiter so. Wir supporten euch weiter, ob heim oder auswärts. Es ist uns vollkommen egal. Macht weiter so. Alles, alles Gute von uns dreien. Hallo, liebe Mitglieder, Spieler von FAS, Offizielle. Wir gratulieren euch recht herzlich als Kooperationspartner. Mein Name ist Pierre Winkemann von den Eisbären Juniors. Und ich wünsche euch für die nächsten 50 Jahre alles Gute, vor allen Dingen viel Erfolg. Gesundheit für alle Spieler, für alle Offiziellen. Und lasst uns weiter so gemeinsam an dem großen Ziel arbeiten. Okay, bis dann und schöne Weihnachten für euch. Hallo, ich bin Desmond Squire vom Eiszeit-Team. Und mein Name ist Jan-Olaf Strackholder, ebenfalls von Eiszeit-Team. Und wir beiden wollen... FAS Berlin natürlich ganz herzlich zum 50. Geburtstag gratulieren. Uns bedanken für die schönen Drehs, die wir mit euch hatten. Und natürlich sagen alles, alles Gute für die Zukunft. Und macht genauso weiter. Deto. Und natürlich auch von uns als Eis-Tü-Navo. Herzlichen Glückwunsch an FAS zum 50-jährigen Jubiläum. Klingt zwar etwas älter, aber die Jungs sind eigentlich ganz frisch. Nicht umsonst sind sie ja der Kooperationspartner der Eisbären. Also nochmal herzlichen Glückwunsch FAS zum 50-jährigen Jubiläum. Happy Birthday, euer Video-Team. 50 Jahre FAS, was für eine Zahl. 50 Jahre, das gehört sich so, dass man heute einen Fass aufmacht und dass die richtig die Luft brennt. In diesem Sinne, als Schmiede für die Bären seid ihr das Allerbeste. Und das ist die Basis für all das, was da noch kommt. In diesem Sinne noch auf weitere 50 Jahre. Macht was Gutes draus. An diesem Tag und überhaupt, euer Tommy Sonnenburg. Wir sind die FAS-Werden und wir gratulieren unseren vereinten 50. Geburtstag. Auf die nächsten 50 Jahre. Happy Birthday! Happy Birthday, FAS Berlin. Die Schuhe sind da. Die neuen Jacken kommen dann erst nächstes Jahr. Happy Birthday, FAS Berlin! Happy Birthday, FAS Berlin! Happy Birthday, FAS Berlin! Happy Birthday to you! Hallo, FAS Berlin. Ich wünsche euch im Namen der Formel 10 alles, alles, alles Liebe und Gute zu eurem 50. Geburtstag. Macht weiter so, macht weiter so geile Arbeit, dann wird es noch erfolgreicher als bisher. Macht's gut, eure Formel 10 Jungs! Hallo, hier ist Jens Schwabel von den Tornado Newski, der Trainer. Ich wünsche euch alles Gute zum 50. und macht weiter so und toi, 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 toi! Hi, ich bin's, Axel Kruse. Happy Birthday, FAS Berlin! Alles Gute zum 50. Geburtstag. Weiterhin viel Erfolg auf weitere 50 Jahre. Und falls ihr mal einen ganz, ganz schlechten Eishockeyspieler braucht, ich steh bereit. Happy Birthday, FAS Berlin! Und nochmal. Happy Birthday, FAS Berlin! Vielen Dank, Eisbären! Auch von mir natürlich herzlichen Glückwunsch. Ich war mal Trainer bei FAS gewesen, danke dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht noch vor meiner Zeit bei den Eisbären als Fan-Koordinator. Natürlich jetzt unserem Kooperationspartner. Alles, alles Gute für die nächsten 50 Jahre. Und vielleicht schaffen wir es ja dies Jahr sogar mit der Oberliga und dem zweiten Platz. Hallo, Sebastian Albrecht hier. Ich wünsche euch alles Gute zum 50. Zwei Jahre bei FAS gespielt, überragende Zeit gehabt. Und hoffe, ihr habt weiterhin so viel Erfolg. Danke. Hallo, hier ist Sven Felski von den Berliner Eisbären. Ich wünsche natürlich FAS Berlin alles, alles Gute. Herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Und ich hoffe, wir bleiben weiter in einer Kooperation zusammen. Bis dann, viel Spaß beim Feiern. FAS Berlin, FAS Berlin! Vielen Dank, OSC! Liebes Team von FAS Berlin, ich wünsche euch alles Gute und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch zum 50. Geburtstag. Let's go! Hallo, ihr Lieben. Natürlich möchte auch ich euch gratulieren. Happy Birthday zu 50 Jahren FAS Berlin. Eine klasse Zahl. Natürlich wünsche ich euch noch mindestens genauso viele Jahre. Ganz viel Erfolg und lasst euch ordentlich feiern. Eure Bente. Hallo, hier ist Frank Hörtler von den Eisbären. Und euch wünsche ich alles Gute zum 50. und macht weiter so. Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber FAS! Happy Birthday to you! 50 Jahre FAS in Berlin zeigt natürlich, dass Eishockey nicht nur Spitzen-Eishockey bei den Eisbären sein muss, sondern dass es unbedingt zur Farbe, zur Sportfarbe in dieser Stadt gehört, wenn so ein Verein mit einfachen Mitteln in der unteren Liga sich etabliert und den Freunden des schnellsten Mannschaftsspiels der Welt viel Freude in Berlin machen kann. Und es ist eigentlich für jeden, der mal den Wechsel wagt, von einem Eisbären-Spiel zu einem FAS-Spiel, wieder einen Weg zurück, back to the roots, zum ursprünglichen Eishockey. Und das kann sehr viel Spaß machen, weil es ja eine ganze Menge junger und talentierter Spieler gibt, die zum einen die Chance nutzen wollen, ganz oben anzukommen im Eishockey. Und dann sind natürlich auch andere dabei, die das einfach sozusagen als Amateure mit viel Leidenschaft machen. Und das ist der Sinn des Sports. Und das zu erleben, macht eigentlich immer wieder Spaß. Also Glückwunsch zu 50 Jahre FAS in Berlin.